Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sommerwind. Der Sommerwind ist ein frischer Cocktail für den Sommerabend. Seinen Pfiff bekommt er durch einen Hauch Pfefferminztee. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. Zitronensaft, Zucker, 1 cm L Wodka, 1 cm L Zuckersirup, der Saft von einer halben Zitrone, 2 cm Pfefferminztee, Mineralwasser, Scheibe Zitrone, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Cocktailschale, Shaker, Zubereitung Den Rand einer Cocktailschale mit Zitronensaft befeuchten. Die Cocktailschale dann in Zucker stülpen, dass ein Zuckerrand entsteht. Eiswürfel in einen Shaker geben. Wodka, Sirup, Saft und Tee dazugeben. Gut durchschütteln. In die Cocktailschale abseihen. Mit Mineralwasser auffüllen. Mit einer Zitronenscheibe dekorieren. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zitronenscheibe